Hallo und willkommen zu einem Let's Play und zwar... GTA Online, jawohl. Hallo. So, wir wollen nochmal wieder ein wenig Heist machen. Das ist nicht mein Tag. Nee, irgendwie nicht so. Und zwar die Serie A Finanzierung. Nach der harten Arbeit mit dem Crowdfunding dieses Unternehmens ist es langsam an der Zeit, etwas Geld damit zu verdienen. Kommt ins Lagerhaus und helft mit, zwei Transporter voller Stoff unters Volk zu bringen. Danke, Mama, du hast mich gerettet. Klar, Mama. Cupcake ist heute schon wieder ein bisschen doof, ne? Ist ja auch Montag, da darf das mal sein. Gehört sich so. Es freut mich. Ich meine, er einfach jetzt voll auf dem Sofa rum chillt mit ihren Klamotten, ey. Hi! Hilfe! Oh, du siehst aber geil aus. Ich weiß. Voll die Zuhälter-Gang, ey. Hängst du dir an? Oh, nein. Guck mal, der ist wie so ein harter Kett. Und der sagt, dann geht sie noch so richtig, ich weiß nicht. Oh Gott! Trevor! Ah, du kennst Trevor wieder, ne? Klar, mein Homie. Besser freuen. Oh, der hat es aber gegeben. Ich weiß nicht. Gehört. Ja, das ist. Ja, das ist. Recycler! Ja, wir denken, sehr grün. Wir nehmen die Drogen, die bereits in Amerika existieren, und wir haben Wert für ihre Reihenfolge. Und das ist das, was alle von euch werden. Jetzt, erst einmal, Ron! Wir werden wir ein paar Brücken von Cocaine von irgendwelchen Frat-Boys auf einem Yacht auf der Fluss. Dann, wir werden die Vagos gegen ihre Brücken von Molipil. Jetzt, unsere Leute machen Puck- und Trash-Trucks, und so sind wir. Dann, wir werden wir in den Hintergrund von den M.C. Und dann, wir werden ihre Mede, die sie in etwas haben. Also, da haben wir es. Wir werden die Mede, die Pille, die Kokaine, oder wir können die Pille, die Mede, die Kokaine... Ah, was auch immer! Ihr werdet es! Ihr werdet es an Ron bringen! Und dann, wir werden wir f***ing gehen! Er ist voll aggro heute wieder, ne? Ja, vor allem, wie wir alle voll eingeschichtet geguckt haben irgendwie. Ja, ja. Ja, Mann. Aber wir haben uns zumindest passend angezogen für Trevor. Der hat es gefreut, wenn man ihn gesehen hat. Hat ihn ja gefreut, ne? Er steht auf rot und so. Wir fangen bei Serie A Kokain an, oder? Genau. Eine Yacht überfallen. Oh Gott, greift aus dem Luft, aus dem Luft, greift aus der Luft und vom Wasser gleichzeitig an. Ich habe eine schlimme Befürchtung. Moxen, kannst du fliegen? Oh, es geht. Oh. Moxen kann not. Wir haben dein Problem. Ah, kriegen wir schon. Ja, nein, es geht. Es geht wirklich. Es geht wirklich. Gut. Brauche ich noch irgendwas? Hm. Können bisschen Muni kaufen. Also das einzige, was ich beim Fliegen nicht kann, ist, wenn es ein Hubschrauber ist, andere abschießen. Wenn ich selber fliege, das kriege ich nicht hin. Ach so. Aber sonst geht's. Ich kann nicht mal starten. Ja, ich kann ja auch einigermaßen fliegen, das ist kein Problem. Wir müssen das mal lernen, Muffin. Hm. Ja, Mann. Hab ich damals bei Battle Royale gelernt. Willst du noch was kaufen? Nö, ich bin soweit durch. Ich hab auch noch was. Äh, ich hab alles gekauft, genau. Also, ich kann zum Hubschrauber fliegen lernen, Arma empfehlen. Wenn du's da kannst, kannst du's überall. Das kann gut sein. Arma hab ich sogar, Arma 2. Arma 2 hat Jan auch, das kann ich bei ihm studieren. Ich hab's ja alle. Oh Gott, wir sind hier im Hubschrauber, Moxen. Ja, ist okay. Wir sind voll die Dullis. Gut, ich mach mal irgendein Boot. Gebell. Geloß. Ne, lass mal was Nuttiges anziehen. Oh, warte, 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 warte. Heute sind wir einfach voll auf Nuttig. Ja, heute sind wir halb Minuten. Aber hier gibt's nix Nuttiges. Aber das hat nen weiten Ausschnitt. Warte. Yeah. Ich hab hier aber irgendwie... Yeah. So. Pimp. Ich hatte irgendwie schon mal hübschere Masken. Ich nehm die Eishockey-Maske. Warte, ich... Der ist wie ne Mumie. Das Klebeband find ich auch so toll. Mhm. Ach so, jetzt hab ich's. Ach so, jetzt hab ich's. Ja komm, ich bleib bei der Eishockey-Maske auch. Okay. Ach so, ich hab noch mehr. Oh. Oh nein, jetzt hat er noch mehr entdeckt. Ich bleib... Ne, die da. So. Guck mal, wie ich aussehe. Okay, nächste Folge machen wir dann. Jetzt haben wir noch eine Folge zum Aussuchen, wie wir uns anziehen. Ja, das Schlimme ist, ich... So. Jetzt fertig. Bereit. Ich musste grad noch irgendwie ein Auto auswählen. Ja, ja, das sagen sie alle. Und dabei müssen wir doch fliegen. Mhm. Ja, wirklich. Oh, da bin ich passend zu angezogen. Sehr lustig. Oh, die coolen Schuhe. Ja, die sehen aus wie so... So, dann Jess, möchtest du fahren? Ja, ja. Dann lass ich dir die Ehre. Ey, guck mal, das Auto hinter uns, das Pinkel. Ah, ich muss nur mal gucken, wohin wir müssen. Der ist doch von PC der, oder? Ist der von PC? Ja, stimmt. Glaube. Ah, das ist meiner hier. Ah, genau. Wir müssen zu der Yacht, oder? Guck mal. Das ist der einzige Punkt. Oh, ich kann nicht mehr in Ruhe abbiegen. Der hervorsteht. Die hauen wir ab hier. Siehst du die Markierung? Ja. Ich kann nicht mehr fahren. Guck mal, Radia, genau. Ist Wasser. Komm, wir nehmen mal Bier mit. Ich kann nicht mehr fahren. Das ist so. Sieht gut aus. Sollen wir tauschen? Na dann. Au. Ja, Jesus. Ich kann nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr fahren. Ich hätte mir Stecks holen sollen, oder? Ich bin halt echt einfach... Ich hab keine Ahnung. Ein wenig Elbbrüch. Kann aber halt nicht fahren. Ey, vielleicht kann ich an dieses Schießding. Ach nee, okay. So viel Stardew Valley. Ja, wahrscheinlich. Du bist auch echt süchtig dann da, ne? Du hast doch schon viel länger gespielt, das lügt doch nicht. Zehn Stunden. Zehn Stunden. Zehn Stunden. Seit gestern. Nein. Das ist so schlimm. Das ist echt so... Nur noch einen Tag. Komm, einen Tag schwierig noch und dann... Mhm. Willst du das auch? Ja. Aber nicht so... Aber nicht so häufig. Ich hab gest... Ich hab gestern nur Dingens gesuchtet hier. The Division. Aber extremst. Glaub ich auch nicht. Ich hab auch einen zweiten Charakter, dass ich dann den einen für das Let's Play habe mit Pazzi zusammen und einen für so zwischendurch mit anderen Leuten zu spielen. Ja, ich spiel's ja gar nicht im... Würdest du gerne mit Muffin spielen. Die ist auch so familiär. Ich spiel's ja gar nicht im Let's Play. Dankeschön. Also von daher ist mir das auch egal. Ich werd halt, wenn irgendjemand spielt, auch gerne mal mitspielen. Aber... Ja, ja, genau. Mockst du dir jetzt noch deine Maske auf? Muss ich noch meine Maske... Oh, ja. Ja. Steig in das Boot. Ja, 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 ja. Ich werde gleich in das Boot steigen und wieder wegfahren. Wie immer. Ja. Musst du's aber auch alleine? Musst du dann auch alleine den Gegner kaputt machen? Was übrigens total falsch ist. Was denn? Beim Hubschrauber sitzt der Pilot eigentlich rechts, aber naja. Ich? Ja. Das wusste ich nicht. Ich hab wieder was dazugelernt. Hab ich ja nicht in Ohren, ey. So hässliche Ohrringe. Ne, ich denk du hast... Achso. Oh, das Boot läuft. Das Boot fährt ohne uns. Ja, das hat Angst vor deiner Fahrweise. Ach guck mal, ich seh die Jacht schon. Ich hoffe, ich muss da nicht drauf landen. Ja, ich bin Sarah. Morgsen. Warte bis dein Team in das Boot gestiegen ist. Jetzt. Also bisher fliege ich doch gut, oder nicht? Ja wirklich. Oh, das Hubschrauber. Oh, wie geht der noch? Das sind vielleicht... Soll ich mal F drücken? Soll ich mal rausspringen? Ja. Ich seh da aber trotzdem so Hubschrauber. Das einzige Problem, was ich hab, ist anhalten. Jetzt fahr ich schon dagegen. Ah, jetzt geht's. Müssen wir nicht zum Hubschrauber. Oh, gut. Sehr schön. Okay, wir müssen tatsächlich landen. Ey, das kennen wir doch irgendwo, ja. Dann versuche ich schon mal so halbwegs irgendwie über dieses Lande-Deck zu kommen. Ich seh schon, womit wir gleich flüchten müssen. Hm. Mit vielleicht ein bisschen Jet-Skis? Oh. Wir sind nah drauf. Ah, wartet doch, wartet doch. Ich bin doch noch gar nicht gelandet. Wir werden schon angeschlossen hier. Ja. Ich versuch schon zu schicken, aber... Ey, ich kriege den Pillermann hier hinten nicht. Komm jetzt raus, da. Äh, äh. Sollen wir aussteigen, ne? Ja, müssen wir. Ich steck mal aus. Oh, das war schön gefragt. Äh, Kommission! Stirb! Ist doch nicht dein Ernst, Mädchen. Ich hätte vielleicht vorher ne Waffe auswählen sollen. Ähm. Wie kann man denn da holen? Alter, der steht ja immer noch. Was ist denn mit dem los? Das bist du, Moxon! Oh Gott. Ja, Alter. Bitch. Okay, ganz ruhig so. Ich geh mal da. Hast du Hut? Wo ist meine Waffe? Ja, das ist meine Waffe. Oh, ich hätte viel lieber mal. Ja. Äh, weil ich... Kommen wir da Team-Leben? Vorsicht nicht, du musst so viel verballern. Okay. Äh, hallo? Spaß. Ja, ja, das wackelt Spaß. Ich weiß das doch. Wir haben ein Team-Leben. Oh, wir kriegen, äh, Gesellschaft. Sind die oben? Das bist du. Hallo! Ach, die Bullen kommen, okay. Alles. Ja, du bist doch. Ähm, ja, ja, ich bin aber auch gleich tot. Ist hier unten auch irgendwo Leben? Ja, keine Ahnung. Auf dem Boot, äh, hier war grad Leben, äh. Ach, die sind alle unter uns. Ich denk die ganze Zeit, wo sind denn die Gegner? Ach, fuck you! Das sind ein Hubschrauber. Aber sie kommen nach und nach, glaub ich. Warte mal, auf dieser Seite ist auch noch einer. Ne, doch nicht. Warte mal, auf dieser Seite ist auch noch einer. Wer schießt denn hier jetzt gerade? Wo ist der Kerl? Warte mal, aber so viele sind die ja gar nicht mehr. Komm, wir... Ich bin gerade irgendwie zu... Wo geht's denn runter? Ich, ich, ich bin auch gerade verwirrt von Wohlschi. Hallo. Da ist ein Hubschrauber, vielleicht aus... Vielleicht von da. Kann schon nicht aus sein. Aber ich such grad die ganze Zeit einen Weg nach unten. Ah, warte mal. Neben dem Hubschrauber leider fast wahrscheinlich. Das ist doch vom Hubschrauber. Ah, ich schieße mich auch nicht mehr. Oh, fuck, ich bin auch gleich tot. So. Einmal Snack. Jawoll. Wie hab ich das denn geschafft? Das ist nicht leichter, aber gar nicht. Ah, das ist du! Ja, 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 ja. Ich tut mir leid, ich hab ein Teamleben versaut. Ja, ist doch kein Problem. Äh... Ich ja fast auch. Also es kommt vom Hubschrauber, das ist echt Scheiße, man. Ja, wir müssen irgendwie noch weiter runter. Ich krieg mal den Hubschrauber nicht einfach weg, ey. Ah, hier ist was. Ich hab Kokain. Theoretisch könnte man den... Ich hatte auch schon, äh... Da ist auch eins. War schon in der Nähe. Oh, fick dich doch, man! Alter! Da ist super viel Kokain auf dem Sch... Voll gut. Weil die gehen ja auch halt so schnell drauf, weil die einfach kein Dings haben. Keine Rüstung. Die haben ja nicht mit deinem Angriff gerechnet. Ja, außer die Wache. Ja. Ohne Dusche, cool. Äh, wo seid denn die jetzt eigentlich hingegangen? Weil ich renne hier grad planlos durch die Gegend. Also ich bin, ähm, bei der Bar. Nice. Also bei einer Bar. Ich hoffe, die sind jetzt auch weg, kommen die wieder. Da ist noch ein Heli. Da ist noch ein Heli. Ja. Nein, 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 lass mich umholen. Ich hab nur Angst, jetzt rauszukommen. Oh, hast du mir leid. Gott, dann machen wir es nochmal. Hey, ich wollte gerade raus. Okay, anscheinend kommen aber die nicht wieder, ne? Also es gibt nicht mehr Sterne oder so? Ne, ich glaub nicht. Dann baller ich die gleich einfach ab. Kriegen wir schon hin. Erste Amtshandlung. Ja, das Gute ist, ich weiß ja, also dann weiß ich jetzt auch, ich kann quasi, ähm, wie heißt das? Ich kann quasi schon direkt näher ranfliegen mit dem Hubschrauber. Mhm. Dass wir dann irgendwie halbwegs gleichzeitig an Bord gehen oder so. Ihr habt aber keine Geschütze am Hubschrauber, oder? Das ist ja ein ziviler. Ne, das ist nur so ein ganz normaler. Meiner nicht. Ja, sonst hätten vielleicht, na gut, ich glaub Jess und ich allein das Boot säubern, wär glaub ich ein bisschen heftig gewesen. Obwohl. Das Problem ist, ich hab noch nicht ganz rausgekriegt, wie man komplett runterkommt. Also vom, vom Landedeck aus. Ich war jetzt irgendwie... Von deinen Drogen. Ich war jetzt irgendwie zwei Stocklake weiter unten oder so. Mhm. Ja, immerhin starten wir hier, oder? Ja, ja, das ist ja. Ganz am anderen. Ja, ja. Ba, 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 ba. Und immerhin hab ich jetzt schon mal ne Waffe in der Hand, das ist auch ganz gut. Ja. Vor allem meine Lieblingswaffe und nicht ein Messer, ey. Zum Messer ist doch auch was schön. Aber ich stemme deutlich schneller als Macias Go. Das ist doch schon mal schön. Ja. Aber die können nicht schießen. So wie ein Ziel. Wie ein Ziel. Wie ein Ziel. Ey komm, Jess, wir sind voll gut. Naja. Was war eigentlich da... Und wie hab ich da gespielt? War da PC Boy? Oder Lama? Wann denn? War fast denn verbrochen? Da war ich... Da war ich... Da war ich... Da war ich ähm Terrorist. Das war genau da im Rundenwechsel. Und ich dachte ich wäre noch Anti-Terror-Einheit. Ah. Ne? Und da waren hinter mir Schritte. Oder es war Sorg. Ich weiß gar nicht. Da waren hinter mir Schritte. Und dann hat er gesagt, dreh ich mal um. Und ich hab mich umgedreht. Sieh so ein Anti-Terror-Typ. Und denk mal, ach, da muss ich den ja nicht erschießen. Das ist ja mal krass. Ähm. Ich könnte jetzt glaub ich langsam landen. Und dann drehe ich mich einfach wieder um und trenne weiter. Ui. Und dann hat er mich natürlich erschossen. Jess, du hast einen sehr schönen Kopf-Sprung gemacht. Ja, ja. Wie geht man nach oben? Ja, ja. Schwimmen? Mit Shift glaub ich. Ey, einen hab ich schon erschossen, man. Oh. Ja, gut so. Fake day! 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 Oh, ist das so ein Schmand hier. Okay so. Alter. Die... Also die Wachen machen aber schon ganz schön Schaden. So. Oh. Ich geh mal grad das Unterdeck aufräumen. Hallo, du bist tot du, Spasti! Okay, so Hubschraubi-Schraubs sind da. Da ist noch einer. Fikin Scheiß, Alter. Genau, mach du es mal. Ich brauche eben eine Maske. Äh, eine Maske, genau. Ich brauche eben eine Maske. Jetzt tot? Genau, ich brauche eine Maske, weil ich so scheiße gerade aussehe. Hey. Wo ist denn hier? Komm schon. So. Ja, danke. Ich glaube, jetzt können wir runter. Ja, da kommt die... Der, der, der Hubschraubi... Wo geht es denn nach unten? Das wäre gut zu wissen, ne? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Am Ende. Oh, jetzt habe ich nicht mal getroffen. Okay, also da, wo ihr eigentlich schon seid. Aber da unten habe ich gerade schon alles mitgenommen an Guka, eben was da war. Geiße. Fuck you selbst. Oh, habe ich nicht irgendwie... Nein, Mann! Ich sollte mir irgendwie mal einen Raketenwerfer, glaube ich, kaufen. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Ich habe noch einen Schuss, das ist unbezüglich. Ich will einen Schrauber abzuschießen. Ich überlege... Obwohl... Es ist echt schwierig, da hinzukommen. Ich weiß halt nicht, ob das... Oh. Ich habe auch Guka. Ich habe Guka hin. Oder war das Geld? Es stand dein Hubschrauber im Weg, als du draufpeilern wolltest. Ich habe jetzt keinen Schuss mehr für den Raketenwerfer. Ich habe den einen Hubschrauber gerade abgeknallt. Also ich habe die rausgeschossen, das ging schon ganz gut. Äh, ich weiß nur gerade echt nicht, wo... Ich höre die ganze Zeit noch einen reden, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ah, da kommt schon der nächste Hubschrauber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss schnell hier runter, Mann. So. Wenn ich da stehe, wo du stehst, dann bin ich schon... Nächste Ladung. Abgeschossen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Schminkzeug oder so. Ich glaube, bei uns auf der Ebene ist auch, glaube ich, nichts mehr, oder? Nee. Also ein höher ist noch was. Okay, dann gehen wir mal rein. Höher. Oh, guck mal. Scheint hier nicht zu sein, ne? Was schleiche ich denn? Mox, ich bin ein tiefer jetzt, ne? Okay. Ich habe mich immer gerade um den zweiten Hubschrauber gekümmert. Sehr gut. Nee. Also zumindest hat er keine Schützen mehr drin, glaube ich. Oh, hier muss doch noch einer sein. Oh, da ist noch einer. Oh, das tut. Ich glaube, PC, wir sind auf einem Deck. Ja. Er ist tot. Ja, Mann. Er ist tot. So, ich habe gerade relativ wenig Leben. Ähm, Jess, wo bist denn du? Wie ist das denn, Heli? Ach so, kannst du vielleicht den hier unten erstmal wegschießen? Obwohl, ich bin relativ safe. Wir können, wir können los. Ich habe das. Wo kann ich? Gut. Tschüss. Äh, warte mal, wo müssen wir jetzt? Oh nein, 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 fick dich, fick dich, fick dich. Oh nein, das kann ich wagen. Das kann ich wagen. Oh, Mann. Ich habe gerade Heli ermordet. Man muss halt echt tierisch aufpassen, glaube ich. Oh, Alter, ich dachte, er wäre weg. Oh, es tut mir leid. Der ist immer, wir versauen alles. Ohne Frauen. Ohne Frauen. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber jetzt schaffen wir das. Ich glaube, ich ein paar Mal probieren und dann weißt du halt, wie es geht. Ja. Ja, wie gesagt, haben wir auch zwischendurch mal gemacht. Ja, vielleicht sollten wir uns echt ein bisschen absprechen, dass irgendwie zwei Leute sich halt auch um die Hubschrauber kümmern oder so. Ja, ich glaube, ich habe jetzt keine Raketen mehr, wenn ich... Ich auch nicht. Also, ich versuche das aber auch eher mit dem... Ich versuche das genauso mit dem Sturmgewehr. Das geht eigentlich ganz gut. Ja, das stimmt. Du kannst dich schon ganz gut da irgendwie rausschießen. Die, die wir jetzt gerade haben, die sind gut. Frag mich nicht, wie die heißen. Ja, ich weiß es nicht. So, dann auf ein Neues. Auf ein Neues. Ach, Morgsen, du fliegst so schön. Auf ein Neues. Warum sitzt du denn hin? Ja, ist halt so Taxi-mäßig. Du stinkst, Jazz. Er fliegt bei dir vorne so. Immer noch. Immer noch nach... Du riechst nach Nute. Das ist... Ja, nach Periode. Nach Periode riechst du. Nach Starmer. Sperma. Sperma riechst du. Fisch. Na, genau. Guck mal, es wird schon dunkel langsam. Ja. Voll gemütlich. Okay, bin da. Versuch direkt zu landen. Uah. Nein, zu weit. Sie haben es gesehen. Ha! Ah, der lebt noch nicht. Diesmal war... Jetzt nicht fertig. Diesmal war der Anflug nicht ganz so gut. Ha! Fick! Stirb! Stirb! Du Dummer! Stirb! Hui! Flachkörper! Nein, 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 nein! Ja! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Raus! Ach, das melden wir der Versicherung, Moxons. Alles okay. Haha. Das Problem ist, dass der... Ah, jetzt ist er endlich stehen geblieben. Oh, Topschrauber kam. Ach, fuck. Klappe da unten. Das Schlimme ist, allein beim Landen, ich verliere meine komplette Rüstung. Oh, ist schon jemand. Ist er tot? Oh, eine andere Waffe. Hier ist Leben drin. Die stehen einfach dauernd wieder auf. Ja, die Wachen haben halt... Was weiß ich, wie viele leben. Nee, okay, der ist jetzt tot. Also ich finde, die fallen relativ schnell. Im Vergleich zu sonst. Die fallen echt schnell eigentlich. Wow. Jetzt mal irgendwie, das brauche ich und... Ich brauche... Ein Wichser. Ein Medikit. Leute, gleich wird es wieder an mir scheitern. Du stirbst zumindest nicht die erste Runde. Du NPC, wer soll das? Wer stirbt bei den NPCs? Ah, wo ist... Wo ist der Scheißhub? Geh mal einen tiefer, oder? Soll ich einen tiefer gehen? Kann ja auch nie sein. Volli Lucio, ey. Okay, was sagst du? Ja, probier mal. Ich versuch mal. Sorry? Jetzt hab ich dich aber... Ah, warte mal, hier liegt das Kokain. Ich krieg ja auch Schaden. Ja, ich hab grad aus dem Nichts irgendwo Schaden bekommen. Ich hab keine Ahnung. Gleich vom Hubschrauber. Einfach mal da ganz hinten. Also vorne ist noch Kokain. Warte mal. Ja, ich hab... Ja, wobei... Ja, keine Ahnung. Hier einer. Zwei Kokain-Päckchen fehlen noch. Also unseren Hubschrauber können wir nicht mehr nehmen. Der hat so eine leichte Macke. Ja, ich denk, wir müssen ja eh mit den Jet-Skis fliehen nachher. Ich glaub, das ist hier unten. Okay, der ist jetzt auch weg. Hast du das Kokain? Yeah. Das hier hinten hab ich. Ist hier noch mehr Kokain? Da ist noch ein Typ. Wenn wir noch... Gott. Na, der ist direkt über mir, okay. Der hier und da hinten. So, da unten ist noch eins. Wie komm mir... Wie komm ich denn eigentlich ganz runter? Wenn du hinten hingehst und dann... Dann kannst du da unten... Aber da hab ich schon alles weggeräumt. Aber da liegt nur eins. Echt? Du... Hier. Ja! Ich wollte ja zu. Die Jet-Skis sind doch hier unten irgendwo, oder? Ja. Ja, deswegen meinte ich ja, wie komm ich denn ganz runter? Ich wollte ja nicht irgendwas. Kann man zusammen auf einem fahren, oder? Ja, ich glaub zu zweit. Das wollen wir zusammenfahren? Ähm... Ah, PC sitzt bei mir. Okay. Das ist, glaub ich, zu zweit auch besser, weil der andere kann da nämlich schießen. Ja, gut, dann geh ich. Nein! Schüttel die Cops. Ach, okay. V. V oder C oder so. Ah, da drüben nicht lang. Fuck, 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 fuck. Leute, ich komm nicht nach oben! Wir kommen hier rum! Shift! Oh mein, Shift! Oh! Ich hab's noch geschafft! Oh, fuck mich! Hör mich eine Abwehr, bitte! Das hast du noch letztens nicht gemerkt. Komm, flott! Flott, 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 flott! Ja, die Gutschauer müssen bald noch loswerden. Ich bin dabei, warte! Oh Gott, ich bin tot. Von links kommt noch mal ein Boot oder sowas. Oh, danke, du Asozianer! Wir sind tot. Oh nein, im Ernst? Ich bin tot. Ja. Ich bin auch, ich sterbe. Tja, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Oh, nein! Fuck, wir haben uns umgefahren. Nimm dir ein eigenes Schätzchen. Ah, okay, machen wir das. Wollen wir eine neue Folge dann machen, irgendwie? Ja, würd ich auch sagen. Alles klar. Also Leute, beim nächsten Mal klappt's wirklich. Genau, danke für's. Ja, und bis dahin. Macht's gut. Tschau! Tschau!